Ja Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu meinem 2Kadabrowski. Ich kann keine Anmoderation. Ja, Formel 1, kleines Best-of. Habt zwei Folgen, zwei Rennen im Stream gemacht. Das hast du wahrscheinlich schon im Team gesehen, Freunde. T&O Racing mit Rüdiger Rammel auf einem richtig guten Weg. Ich bin auf euren Support gespannt, Jungs. Absolut liebe, wie ihr die Serie bisher zwei hat. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Lasst doch sehr gerne alle wieder hier einen Like da. Das ist immer sehr wichtig, Freunde. Wisst ihr ja, für den YouTube-Algorithmus. Also nehmt euch kurz die 10 Sekunden. Würde mich sehr freuen. 10 Sekunden. Okay, 10 Sekunden sind vorbei, Freunde. Würde mich da über den Support freuen. Das ist absolute Liebe. Ich bin super zufrieden. Und sehr schön zu sehen, dass ihr es auch alle cool findet. Ich will gar nicht so viel erzählen. Gönnt euch das Video. Freunde, Formel 1, absolute Liebe. Und dann Video ab dafür. Let's go. Wir haben folgendes Problem. Okay, ich hab kein Geld mehr, Guan Suu als Fahrer zu bezahlen. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist wirklich nicht so gut. Deshalb haben wir jetzt Luca Giotto. Das ist unser neuer Mann. Luca Giotto. Guan Suu. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte kein Geld mehr, ihn zu bezahlen. Wir haben finanziell scheiße. Wir haben wirklich echt scheiße gewirtschaftet. Zwischen mir und Guan Suu, sag ich euch auch ehrlich, hat einfach nicht gepasst. Hat einfach nicht gepasst. Also, ich und Guan Suu sind nicht miteinander warm geworden. Team Order war anfangs ganz klar auf Guan Suu. TNO hat sich verpokert. Ich bin Nummer 1 Fahrer jetzt. Nein, das Rennen ist im Regen. Das Rennen ist im Regen. Ich fahr schon wieder ein Regenrennen. Es ist schon wieder ein Regenrennen. Es ist schon wieder ein Regenrennen. Training 1 im Regen fahr ich nicht, sag ich euch ehrlich. 70% Erfolgschancen. Fahre sauber durch einen Sektor, das kriegt ihr ja wohl hin. Ja, siehste? Zack. 50% Erfolgschancen. Fahr in optimalen Sektor, Zeit für Sektor 2. Ach. Ach, Rüdiger. Rüdiger. Was ist denn los? Training 2 abgeschlossen. Zwei Trainingsdinger gemacht. Sei sehr vorsichtig mit den inneren Curbs. Bei den ersten beiden Schickgarn. Die sind sehr hoch und können dich leicht von der Strecke werfen. Abgesehen davon ist es selben Monster. Denk einfach daran, das Gaspedal durchzutreten, dann wird alles gut. Ich weiß wohl, ich weiß. Ach. Dann wollen wir mal, ne? Ich bin aktuell Erster. Ich sag Pole Position ohne Beglände. Ja, okay, nicht übertreiben. Ich schätze, ich war so im Bootcamp. Ich war so im Bootcamp. Pole Position! Pole Position! Und die haben mich unterschätzt. Die haben gesagt, Rüdiger Rammel, schlechter Fahrer. Er macht immer nur den Auto kaputt. Und jetzt kommen sie alle an. Herr Jäger, können wir ein Interview machen? Nein. Sie kühlt jetzt schneller als der Luis. Wo ist ein Giotto? Ach, Giotto, Bruder. Lass er die aber richtig abziehen lassen. Was ist das denn? 1,26. 3,5 Sekunden schneller ist der Jäger als sein Teamkollege. Oh, aber es ist noch diesig. Monza. Italia. Es ist noch diesig. Ich glaub, wir starten auf normalen Reifen. Starting Grid, ruhig. Starting Grid. Zeig her. Er startet aus der Pool. Jäger. Mein Kopf juckt so krass von dem Helm. Ah, 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 mein Kopf. Es juckt. Flöhe. Ah. Bin ready. Ordentlicher Start. Ach, sehr guter Start. Sehr guter Start. Da sind sie alle schon im Rückspiegel. Die Abnutzung am Motorleistungsverlust. Was bist du denn für einer? Gelbe Flanke. Ist was passiert? Ich weiß nicht. Ah, ich bin gut weggekommen. Let's go. Bin sehr gut weggekommen. Einzel Königern schon rausgefahren. Die holen auf den Geraden schon mies gut auf, weil die die viel bessere Karre haben, ne? Das fuckt halt schon ein bisschen ab. Oh, 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 oh. Auf den Geraden scheißt die Karre halt mies rein, ey. Guck dich das mal an, was wir auf den Geraden verlieren, ey. Ich hole wieder das Maximale aus der Schrottmühle raus. Wisst ihr, wie ich mich fühle? Wie Anakin im ersten, äh, im ersten Star Wars Film bei den Portrinnen. So fühle ich mich. Hab die größte Schrottmühle, aber muss performen. Leichter Regen? Jetzt schon? Was habt ihr denn hier für eine Vorhersage gemacht? Ist ja übel scheiße. Ich rutsche jetzt schon. Oh, nö. Ich will doch nur mal einfach mein Rennen fahren. Ich glaube, ich habe noch nicht einen positiven Fungspruch bei dem Team gehört. Dass die mir mal gesagt haben, so, ey, Jäger, du machst das gut. Wir feiern das. Was du tust. Was? Was? Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Wie? Zwischen? Zwischenfall mit Drümmerteilen? Ich war es ehrlich nicht. Kein Safetyker. Weiß ich auch noch nicht, ob das gut für mich ist oder nicht. Die Wichser holen auf, ey. Guckt euch das an. Die Geraden, die ziehen mich so ab. Also, auf den Geraden habe ich wirklich einfach gar keine Schnitte. Oh, nein. Dritte Rückblende. Scheiße. Auf was für, was für Reifen soll ich denn dann eigentlich gleich weiterfahren? Wie, jetzt sind immer mehr Regen oder was ist der Plan? Soll ich auf Intermediates gehen? Ich glaube, ich hätte auf Gelb starten sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Boah, nur noch eine Sekunde auf Bottas. Scheiße. Der kommt gleich ins DHS-Fenster. Fuck. Ja, ich weiß es nicht. Boah, die kommen jetzt so mit DHS angerauscht. Fuck. Boah, da kann ich nicht Gas geben. Ich traue mich nicht, auf den Curbs Gas zu geben. Jetzt habe ich den Salat. Kurve habe ich verkackt. Scheiße. Boah, ich bin im Mercedes-Sandwich. Ich bin im Mercedes-Sandwich. Ich bin im Mercedes-Sandwich. Boah. Oh Gott, wie konnte das funktionieren? Scheiße, ich habe so gedriftet, Alter. Scheiße, kann ich nicht verteidigen. Ich kann nur später bremsen. Das ist meine letzte Rückblende. Das ist meine letzte Rückblende. Luca in der Box. Was für Reifen nehme ich denn? Nehme ich Intermediates oder was mache ich? Was hat Hamilton für Reifen genommen? Hamilton gelb. Dann nehme ich auch gelb. Okay, er hat gesagt, Situation ist nicht perfekt. Aber er sieht nicht, dass es einen Grund gibt auf andere. Ich nehme gelb. Scheiß drauf. Ich nehme gelb. Keine Ahnung. Ey, das ist zu intens gerade. Das ist so intens. Hamilton ist vor mir? Nein, Hamilton ist hinter mir. Hamilton ist hinter mir. Sehr gut. Aber Hamilton hat Bottas undercuttet. Okay. Hamilton 2,8 hinter mir. Das ist gut. Also muss ich das jetzt einfach nur unaufgeregt nach Hause fahren. Vier Runden lang. Lol, wo ist denn Hamilton? Was ist mit Hamilton passiert? So wie Nazi und Norris sind vor ihm. Ist der gecrashed? Ich glaube, Hamilton wurde abgeschossen. Lol. Lol. Ey, für den Chat für Hamilton. Also entweder hatte der einen Unfall oder einen Dreher. Ja, moin. Einfach auch für 20. Komm, Luca Giotto. Das wäre doch eine Story. Im ersten Rennen Hamilton outracing. Ah, Safety Car. Ja, Hamilton ist abgeflogen. Safety Car. Oh, Safety Car ist aber nicht gut für mich. Jetzt hatte ich gerade Vorsprung. Safety Car ist nicht gut für mich. Was ist denn die Abnutzung am NGUH? Kannst du auch mal Deutsch mit mir reden? NGUH, was ist das? Niemals gute Unwetterhydraulik. Was ist denn NGUH? Der Turbolader pfeift aus dem letzten Loch. Sag doch mal einmal was Gutes, Mann. Sag doch mal, Bro. Du bist erster. Du machst es gut oder so. Safety Car kommt gleich rein. Ich fühle mich nicht bereit. ERS, los. Ah, übergut. Überflaggen. Ich habe es richtig gut gemacht. Anderthalb Sekunden. Mach Allah. Kein Fehler, kein Fehler, kein Fehler, kein Fehler. Kein Fehler, kein Fehler. Kein Fehler. Kein Fehler. Jawohl, ich habe mir die Power aufbewahrt. Ich halte die 07. Äh, niemals aufm Körb beschleunigen. Äh, äh, warum ist er auf Emerson da? Verpiss dich, geh weg. Geh weg, nicht in, nicht in. Nein. Fui, aus. Ich habe kein Nervenkostüm. Und er wird ihn verstoßen. Geh. ERS, ERS. Los, Feuer. Schnell. Später bremsen. Ja, EAS Gib Gas, Junge Ich hab Ferrari Motor Los Mille Grazie Mille Grazie Ich hab Rennen gewonnen Ich hab Rennen gewonnen Keiner hat an mich geglaubt Warum ist Gas, die Fahrer des Tages Ich bin so gut gefahren Ich hab ein Rennen gewonnen Da ist er, der Jäger Guckt ihn euch an, den Jäger Die K-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht Hast du's gehört? Die Safety-K-Phase war der Schlüssel zum Erfolg Ich bin einfach gut gefahren Gib doch mal Props, du Arschloch Champagner für alle Geh drauf aufs Treppchen Geh drauf, mach ihn Mach ihn Splash die voll Guck an, ihr Ja Ja Und Splash die voll Jawohl, Junge Kuan Su steht da hinten Der Wichser Gib ihm Auch die Mechaniker Die mich die ganze Zeit voll holen Kriegen auch ein bisschen Champagne ab Giotto ist letzter Aber da Da Siehst du auch mal die Qualität T&O Racing Zwei Fahrer Schlechtestes Auto Giotto Letzter Jäger Erster Die Qualität Ich will nur, dass ihr die Qualität seht Von der ich die ganze Zeit gesprochen hab Die Qualität So Was kommt als nächstes Getriebe ersetzen Und jetzt Russland Ist Russland einfach? Kann man Russland fahren Oder ist das scheiße? Rennen in der Sonne Ist schon mal sehr schön Dritter Sektor Die Hölle Sehr schwer Perfekt Egal Fahren bis zum ersten Training selber Boah, ich glaub die ist schwierig, Alter Aber sieht eigentlich ganz gut aus Stil Ich hab das Gefühl Ich fühl mich ready fürs Fürs Qualifying Sagt ihr Keine Ahnung, ob ich jetzt wieder eine Pole holen werde Das kann ich euch jetzt nicht sagen Dafür kenn ich sie wahrscheinlich zu wenig Aber ich glaub nicht, dass ich reinscheißen werde So, jetzt Qualifying Ich bin gespannt Wie fein und boge Qualifying, Jungs Wichtig Gott, was ist denn das für eine Kurve Hilfe Ja, plötzlich nicht mehr auf dem Weg zur Pole Die Kurve hat ja komplett alles kaputt gemacht Was ist es? Ey Mal ohne Scheiß Ich geh back to back auf die Pole Position Und mein Mechaniker sagt Ausgezeichnete Runde, wir sind zufrieden Währenddessen Mein Teamkollege auch für 22 Und der sagt, wir sind sehr zufrieden Ich hasse das Team langsam Das Team nervt mich mittlerweile Es disrespected mich Ich geh auf die Pole Die sagen Ja, zufrieden Ich wechsle Nächste Saison wechsle ich das Team Ich geh zur Ferrari Ich geh zur Ferrari Ich hab keinen Bock mehr auf die Die disrespected mich in einer Tour Unfassbar Fährst du auf die Pole? Ja, sind zufrieden Die müssten eigentlich ausrasten Und sagen Ey You are the allergeilste from the whole grid Pole Position, Freunde Vier Rücklärten haben wir Ah, guter Start Warum hab ich jetzt schon wieder Motorprobleme? Was für überhitzen? Alter, wie gut hab ich in die Kurve genommen? Tschüss Let's go Oh, der macht auch der Hamilton Er schert aus Er will in Ich bleib außen Jawoll Oh, ich hab ihn gedreht Oh, sorry Sorry, Luis Oh, was hab ich denn da gemacht? Ja, Junge So verteidigt man seine Position Einfach die Door geclosed Also kann man auch seine Konkurrenz eliminieren Ja Auch einfach mal abgewichster Fahrer sein Auch einfach mal abgewichster Fahrer sein Ja, guck mal Wie weit er Also das ist ja nicht mein Fehler Das ist ja nicht mein Fehler Guck mal Der ist komplett Von der Strecke runter Ist sein Ist sein Bier Er wollte unfair fahren Ich bin einfach auf meiner Linie geblieben Ja Er bounced da in der Luftwahl Da direkt auf dem Körb drauf ist Selber schuld Ja Selber schuld, Luis Hamilton Selber schuld Muss Platz lassen Sehe ich auch so Ja Man darf es auch nicht zu Sehr übertreiben Mit den Regeln Mein Gott Manchmal muss man auch einfach Mal die Door closen Also in real life Wird es übel den Penalty dafür geben Aber ey Sind wir hier in real life? Nein Aggressiv weg verteidigt das Ding Offensive ist die beste Defensive Oh fuck Wieso macht denn der so Druck? Scheiße Geh weg Okay man merkt schon Dass die KI um 10 stärker ist Man merkt das schon Aber ey Ich hab noch keine einzige Rückblende gebraucht Und wir sind in Runde 3 Das ist nice Fuck 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 Wheel to wheel action Ich hole ihn mir ins zurück Du bremst eher Jawohl Juge This is racing Was für Kollision Mach ich nie Mach ich nie Ich hab direkt dem nächsten das Rennen versaut Riccardo Riccardo musste direkt in die Box Ich hab einfach dem nächsten das Rennen versaut Und jetzt kommt Bottas Und du bist mein nächstes Opfer Bottas Du bist mein nächstes Opfer Ja Junge Let's go This is racing Wie bei mir ist alles rot Sieht doch gut aus Alles entspannt Oh Er sticht rein Oh Oh Gott Jawohl Verteil ich die Murbel Und ich geh für den Undercut Ah Fast aus der Box raus Geht Ah Oh gut Einfach außen bleiben Und das Ding außen überholen Zack Viel besser Ah Da kommt Bottas gerade raus Hab ich Ja Meine Taktik hat funktioniert Jungs Let's go Bottas geht sogar auf die Harten Nice Taktik hat funktioniert Bin vor Bottas rausgekommen Let's go Boah Ein Fehler Paris ist vorbei Ein Fehler Paris ist vorbei Scheiße Ich war drecklich Ich war drecklich Ich glaub ich hab Paris seinen Frontflügel kaputt gemacht Paris hat keinen Frontflügel Ich bin so asozial TNO steht für Technisch Nicht Optimales fahren Es geht nicht um das wie Es geht um den Erfolg an sich Kein Risiko Kein Risiko Letzte Kurve Kein Problem Ich bin Ich bin On Fire Kann ich einmal Fahrer des Tages werden Einmal Es ist so eine Agenda gegen mich als Fahrer Es ist so eine Agenda gegen mich Trotzdem Mille Grazie an die ganze Team Luca Giotto Kuss Bruder Guck mal wie sie klatschen Guck mal wie stolz sie auf mich sind Guck mal wie stolz sie auf mich sind Guck mal wie stolz Guck mal da mach ich ihnen das Den Teamkollegen Hi Potters Hör auf mich voll zu splaschen du Wichser Geh mal zu Luis Der Holz sitzt in der Ecke Hat wieder einen Kackrenn gab Okay Also Guck mal wie mich alles das Rennen versaut hat Hemmeln habe ich von 2 auf 12 geschossen Paris Paris habe ich von 8 auf 21 geschossen Hallo Ich habe dafür gesorgt Dass Luca Guck mal Das verstehen ja auch ganz wenige hier Ganz wenige verstehen Dass ich ein Teamplayer bin Ich bin Teamplayer Ich wollte dass Luca Giotto Auch ein Erfolgserlebnis hat Also habe ich Sergio Paris Konsequent in der vorletzten Runde abgeschossen Damit der auch für 21 geht Guck mal wie meinst geht Mit mir Hampel Medi Das époque Lot N Untertitelung des ZDF, 2020